Ja, der hat sich bei der Gegend immer ganz schöne Erkältung gewohnt. Naja, ich würde sie ja gern einladen, aber... ...bist du mir nach Müggelheim ist ein bisschen neulich. Ach, guck mal, riecht bloß nicht bei mir um. Die Fenster sollten längst geputzt sein. Ja, was meinen Sie, wie meine Augen? Was war so ein schönes Ding? Das war ja nicht so.